Hallo liebe Freunde der gepflegten elektronischen Unterhaltung, willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Wir hatten die vierte Riddler Geisel gerettet und mussten jetzt durch die Arkham City Streifen die letzten Rätsel lösen, die letzten Trophäen sammeln. Dann haben wir noch den ganzen Abstimmungen mit Catwoman zu tun und die ganzen Riddler Karten haben wir noch zu machen. Denen wollte ich mich heute mal widmen, oder zumindest so anderthalb Stunden, vielleicht mal wieder so aufnehmen. Das ist schon länger her, dass ich aufgenommen habe. Ich hatte jetzt auch Besuch über die Ostertage, sehr schönen Besuch. Und ja, der ist dann auch wieder gefahren. Und jetzt kann ich den Gefängnisaufstand machen. Also jetzt kommen erstmal nur Kampfkarten. Ich bitte darum, ich weiß nicht ob ich das jetzt in diese Videos abpaart, 100... Boah, was habe ich jetzt? 139, ich habe keine Ahnung welcher Part das ist. Ich habe jetzt vergessen nachzugucken. Äh, ich habe die Videobeschreibung etwas aktualisiert. Ähm, ich bitte darum, dass ihr die beachtet. Ich habe auch gesehen, jetzt waren in den... Irgendwo in den 90er Videos waren auch wieder ein paar schwarze Bildausfälle dabei. Das sind diese Ränderungen dieser ganz langen Aufnahmesessions, die drei Stunden gehen. Ja. Ähm, das tut mir leid. Das versuche ich natürlich immer, so gut es geht, zu verhindern. Aber es klappt nun mal nicht immer. Gut. Mal schauen, wie es jetzt wird. Arkham City. Das wird eine unangenehme Geschichte. Hm. Dann wollen wir mal. So, den schalten wir direkt aus. Das läuft so flüssig, das bin ich gar nicht gewohnt. Ach, verdammt. Nein, den wollte ich nicht ausschalten. Naja, gut. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das heute ausschließlich mache oder nicht. Also ich muss... Spätestens, wenn ich... Hier gehört mir. Alle miteinander. Spätestens, wenn ich bei Arkham City fertig bin mit allem, muss ich das machen. So, dann schalten wir direkt mal aus. Nein, doch nicht den Batman. Och Mann. So, den darfst du jetzt ausschalten. Na. Ach, egal. So, zauua. Läuft jetzt nicht so gut. Ich muss erst wieder warm werden. Das sind natürlich jetzt auch so die Karten, wo ich nicht so viel reden möchte eigentlich. Weil ich mich so konzentrieren muss, weil ich mich so konzentrieren muss hier. So, den knipsen wir direkt mal aus. Jetzt ist die erste Trophäe, das ist ein bisschen bitter. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich habe keine Zeit für sowas. Machen wir es kurz. Puh, ob ich das schaffe, ich weiß es nicht. Naja, Dark Knight-Bonus ist damit auch erledigt. Störp. Zang. Zang. So, den knipsen wir mal aus. Bums, mit dem Knie. Sehr schön. Nein! Verdammt! Nein! Nee, das wird nicht reichen, das reicht nicht, das reicht nicht! Scheiße! Ziemlich weit dran vorbei. Escape wiederholen. Tut mir leid, aber ihr wollt, ich will ja 100%, nicht ihr wollt, ich will ja 100% machen. Und da müsst ihr jetzt mit durchgehen. Alice Madness Returns. Das ist leider der zweite Teil, ich wusste nicht, dass es da einen ersten Teil gibt. Muss ich mal gucken. Ich habe zwar das Returns gelesen, habe es auch zur Kenntnis genommen, aber ich hatte dem weiter keine Beachtung geschenkt. Hm, ja Gott. Ach, ne, 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 ne. Mal schauen, ich habe ja auch noch, äh, andererseits in Arkham City mit Catwoman sehr, sehr viel zu tun. Aber ich möchte, die Riddler-Karten müssen auch gemacht werden. Von daher, passt das jetzt schon. Du bist erledigt. Pams! So, den schalten wir direkt aus. Ich denke, er nicht. Ah, egal, das... Wollt' ich glücklich aber an... Ah, Packert. Wollt' ich machen. Hihi. Ihr Jungs seid erledigt. So, das sieht ja schon mal jetzt ein bisschen besser aus, ne. So, weg mit dir. Nein, all God. Der mit dem Messer kann auch weg. Auch egal. Nee, noch nicht. Zang. Scheiße, Scheiße. Ah, egal. hab ich wohl dann noch 75 raus und ich glaube ich habe immer noch mehr punkte als gerade eben ich wollte er sagen macht ja nichts so den schalten wir mal eben aus so den auch weg nein verdammt egal so ganz sehr schön auch nicht perfekt aber naja ihr seid sowas von erledigt was soll's jetzt muss ich jetzt muss ich ein bisschen mich ran halten das müsste aber machbar sein so den weg nein die den doch nicht gut dann sind die schon mal erledigt hat ja auch sein gutes so den nächsten bitte weg naja wenn das so viel auf einmal ist da habe ich verklickt auch noch war super so den schalten aus zack so den schalten wir aus hoffentlich reicht das jetzt hoffentlich reicht es bitte bitte ja es hat gereicht es hat gereicht das hat gereicht das war knapp das war knapp ich möchte jetzt aber lieber erst eine andere karte machen soll nämlich hier die waffenkammer des wain anwesens das sind diese inhalte zum herunterladen mit der game of the year edition sind alle dabei ihr gehört mir alle miteinander verdammt 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 na komm hoi und bis bombs 2400 ja 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 muss ich dir erst wehtun tf 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 Entwaffnung, zack.